Das sind alles Jugendwerke, ein Kopie eines Jugendwerkes von Günther Schönbrunner. Das hast du auch gemalt, das ist typisch deine Linie, der Baum, der blühende Baum, das ist so deine Linie. Das ist so ganz deine Linie, sehe ich. Ah ja, da fehlen noch ein bisschen. Da hast du viel Öl, verwendest du eigentlich bei deiner Mahltechnik? Das ist so, und da kommt natürlich so ein Himmel rein. Das ist ein Zug in Italien, schaut doch aus wie ein Osterlitz. Du wachst in Theron, du wachst in Freude. Dann hast du ein Olivenöl, dass man ein bisschen was er könnte und ein bisschen mit Öl einbuchen. Ah, die...